Ich glaub, lass mir den Jog bitte nicht machen, Ove. Was? Ich glaub, wo man bei dir einen Pilz findet, weißt du? Oh Gott, guck mal in meiner Hose. Ja, hier haben wir die braunen Pilze, optimal, und let's go, dann machen wir das mal. Man braucht immer 5 Gegenstände, damit man so einen Runenblock machen kann. Ja, funktioniert. Cool. Das ist so geil einfach. Dann haben wir schon einiges an Stuff hier. Das sind halt verdammt viele Runen, ey, das sind sicher. 3, 6, 7, 10, 13, 16 Runen. Alter, was ist denn das für ein Block? Das sieht richtig geil aus. Leeren Stein. Oh mein Gott, was? Tom, Alter, ich weiß, oh mein Gott, der Stein sieht richtig geil aus. Lecht mich fett. Welche? Ah, energetisierter Lernstein. Guck's dir an. 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 Richtig fancy. Es wird ziemlich dunkel hier. Ab, aber der Energize. Guck's dir. Energize. Wollstone, wahrscheinlich. Oder? Wenn es das ist, sowas wie Runic-Wollstone-Wall, oder? aber die rd 1562 doppelpunkt 4 1 5 6 der sieht richtig fancy aus oder das fancy dann nehmen wir glaube ich ja dass wir ein bisschen weiter design oder es ist ziemlich leicht zu machen du brauchst normalen stein obsidian und ein ende ein ende auge reine in der perle ich weiß nicht aber ziemlich einfach nicht decke muss eventuell das ist so geil das ist das ist voll geil einfach kannst du wirklich das lampe sind einfach aus den leuchten der goldblock vor allem an der an der decke macht so macht es sehr viel sinn wieso ist der enderman auf mich schwarf gott ich habe ihn eigentlich angeguckt aber es weg ne sieht echt cool aus geil leuchte reakt ist schon ich habe was für dich ich bin ein halber block vielleicht kannst du zerlegen in irgendwelche einzelteile oder mit einem crafting table oh mein gott da kriege flashbacks wenn ich bin dies bezüglich quantenmechanik weil er ist erst da aber er ist irgendwie auch nicht da aber eigentlich ist er nicht da du kannst niemals beides gleichzeitig erfassen entweder spin oder oder was impuls spin ist ja eigenschaft von etwas sowie keine ahnung haus blau ist und das andere gelb ist es anderes mit dem spin und ist mit dem spin ja das spin hat ja auch ein schwarzes loch dreht sie auf jeden fall ja soweit ich dass das sind druck aus die ich mir die ganze dreienziehe herausgefiltert habe ich bin mir gar nicht so sicher auf irgendeine weise bestimmt aber ich glaube schon dass es da irgendwas gesagt wird dass es ein schwarzes loch auch ein gewissen spin hat aber ich kann euch sagen dass ich mich ja auch schwarzes loch dreht sie auf jeden fall ja so rune der luft haben wir auch schon also die ersten ersten vier haben wir dann rune des frühlings und verschiedene saplings ebay eschen setzling papaya akkorn kann ich da einfach zwei eigensatzlinge auch hernehmen ach da braucht die lila und die rote gleichzeitig auch noch das kann sein dass die deswegen dann verschwindet oh als sie wenn man sie zusammen kraftet das kann gut möglich sein was hat es noch gefehlt ein anderer september nennen weizen das funktioniert ja irgendwie am schnürchen hier mal gucken ob es so funktioniert ja jawoll alle richtig geil es ist so geil einfach wenn endlich mal was wie am schnürchen läuft es ist toll genau die nächste wird dann mit erde und luft gemacht da brauchen wir zum beispiel wieder eine rote okay das heißt die runen sind alle aufbauen da brauchen wir zum beispiel ohne des sommers die hat auch wieder zwei okay so schwer ist nicht so schwer ist nicht ziemlich interessant wie das hier alles gemacht ist ohne des sommers zwei sand eine melone schleimball ich brauchte zum beispiel schon ziemlich lange oder einfach weil wir kein mana haben richtig belastend aber das haben wir gleich wieder wir teilen wir gleich wieder so end of flames produziert man wieder ein haufen wir holen uns in der zwischenzeit ist mal melonen und schleimball haben wir ja das hier ok er litt klärchen er litt klärchen ach sand dass wir auch mal ein bisschen weiter kommen wieso kann ich sand nicht aus dem me system nehmen alles klar weil es geleckt hat deswegen der runenalter blitzt schon vor sich hin da ist nur noch ein stein und dann boom ne wir bekommen alle runen wieder zurück das ist richtig geil ok das heißt es ist eigentlich ziemlich easy zu machen so wir brauchen jetzt luft eine luftruhne und eine erdruhne lufterde oder lufterde sand schleimball das war falsch genau herausnehmen kann man sie einfach hinnehmen dass man auf schiff klickt und dann rechtsklick auf den mit der leeren hand drauf macht ziemlich praktisch weil ich früher zum beispiel nie gewusst er soll ach ja der schleimball wie man aus solchen blöcken die sachen herausnehmen kann dann habe ich sie mal abgebaut dann bekommt man sie auch gejobbt aber das war also ja ein bisschen mühsam auf dauer dann was tut sich denn mit dir so erzähl mal wo jetzt generell so im leben glaubst du wirklich da dritte ist ne nicht wirklich also ich bin am sonntag bei meinen eltern rufen ja wegen ostern ja na fern und einmal herauskommen wieder verständlich und für alle die zuschauen es ist es ist mein hauptwohnsitz also fuck you fuck you ja wohl recht hat ja es ist ja so ja die leute neigen ja gerne mal dazu das sofort gleich komplett eskalieren wie kannst du nur bist du behindert was soll das ne übertreiben muss man halt auch nicht ganz ehrlich ja hier ist ein Ei das ist wieder verstopft das ist zufällig dein Gesicht nein ich bin kein Eierkopf Tom naja vielleicht ein bisschen Öl fb mh 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 hau mh mh hau ich kann mich erinnern dass ich noch irgendwelche hatte weil ich anfangs die 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 baumfarm zu eingestellt hatte dass sie auch die lief schielt das bedeutet dass sie einfach die blätter auch zu blöcken verwenden verwandelt hier haben wir glas schon wieder nacht dann gehen wir kurz zu der zu der form ich habe mir gedacht ich schasse im spring jetzt weil wir mich dahin zu teleportieren aber leider nein ach da machen wir mal ein bisschen mehr kabel dann ist es so hier lief es genau und hier machen wir das ist blau und dann sollte er nicht alles hinein geklatscht werden und dann machen wir es wieder dunkelgrün glaube ich war es dunkelgrün genau dann mehr hier lief es ein paar chillig was das sind gummibomplätter könnte sein dass sie nicht funktionieren deswegen nehme ich gleich mal eiche mit hat man ich habe wirklich bock dass wir irgendwie sondern dass ein force field machen dass ich einfach gar keine viecher spawn kann hier beim in der nähe vom turm und so weil nämlich wenn der nuklearreaktor endlich mal läuft dann haben wir glaube ich sowieso endless energy oder ja geht also es kommt wirklich drauf an weil du hast mich nun zweiten reaktor nuklear kraft ein fusion reaktor der mehr energie ausspuckt und weil du brauchst sowieso beide reaktoren ja weil der eine macht das und du kriegst diese items raus also diese abfallprodukte und die brauchst du wiederum dann da und da und blablabla ja ok verstehe ich anscheinend ja macht der harvester das leider nicht mit die erde wieder beackern ok leider nein kannst du bitte mal die samen hier rein klatschen hier sind eine haufe samen drinnen nur gucken ich glaube das transportsystem von den samen funktioniert noch nicht so gut weil halt die sachen aus der kiste nicht mehr zurück gefiltert werden ah ja ok ja ok doch ersetzt dann und der plan ok hat sich erledigt haben immer einfach das die samen gefiltert wieder hinein geführt werden sollen oder jetzt noch welche das ist voll schnell gegangen jetzt heftig noch ein stack dann machen wir es so so jetzt gewollt es werden die hinteren reihen auch noch richtig befüllt sollten 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 es ist voll schnell gegangen naja vielleicht überlegt das ist noch ich muss meine schule aufladen das sind ein paar server achso so gut was sind nur das terminal ist hingeklatscht unten achso ach hier fein fein äh äh spinnenauge genau das brauche ich unser me-system werde ich jetzt dann auch mal ausmisten weil da ist ja so viel crap drin das wir überhaupt nicht brauchen deswegen müssen wir von außen wenn wir alles einspeisen ein bisschen filtern also dass er nicht nur shit hinein gedrückt wird 1 2 3 das und ok perfekt das brauchen wir noch wenn wir schon mal hier sind wir brauchen wir spinnenauge leaves brauchen wir einen kuchen und weiße wolle haben wir einen kuchen zufällig ja ne ich hatte oben irgendwann ähm voli 1 2 3 ok die brauchst sowieso mana barn noch tiers naja das ist easy zu machen das auch das auch ok das da haben sie sich kein rezept mehr einfallen lassen das haben sie dann einfach nur noch mit äh mit mana diamanten gemacht ok es ist es ist eh cool weil äh da brauche ich halt nicht mehr viel machen natürlich so eigentlich brauchen wir jetzt nur noch einen kuchen und dann können wir alle runen machen cool where is the cake tom? the cake is alive ah ich hab da ich hab tatsächlich noch irgendwas gehabt jawoll richtig gut dann machen wir den spaß dann äh ich hab die kohle vergessen mhm flucht flucht haben wir nicht kohle blöcke gehabt? ne asche blöcke ach doch kohle blöcke will ich kohle blöcke? ne ich will ich will normale kohle so so ok dann let's go ab mit der kohle und hier müssen wir jetzt für die nächste rune spinnenauge und die leafs drauf klatschen drei leafs drei leafs ein spinnenauge und also das letzte rot also feuers und luft boom boom ok und geht schon wieder los das ist so cool die runenherstellung läuft also wir werden heute sicher alle runen herstellen können ziemlich cool mein becken läuft auch und ich muss mir hier echten harvester holen der mir hier die ganzen blumen abklappert so die rune ist schon wieder fertig das geht so schnell ey so jetzt müssen wir aber gleich einen haufen mana vertun weil ja jetzt bauen wir dann nur noch die ganzen Stahlsachen das kannst du ehrlich sagen ich werde jetzt in den nether gehen und sammeln was sammeln? nether hat sie wuuu ja äh ich weiß auch nicht inwiefern eine quarry im nether ausstellen sich rentiert ich bin ein album überlegen ich glaube das wäre schon irgendwie fancy lila und braun lila und braun kannst du mal probieren ja ja sicher könnten ja dann wieder oder oder warte noch auf mich dann können wir gemeinsam in den äh ja nether gehen ok ok zang ach das ist schnee waa das ist doch so ein sch- was dann haben wir irgendwie schon mal ein eisbium gesehen fuck das ist halt nur provokant gerade ach leck mich doch ach so water still ach ist das geil ok ok i see cool dann machen wir es so das heißt wenn wir hier eigentlich wasser rein platzen dann äh macht uns das weiße gänseblümchen schnee also das ist cool ey das ist so geil ich liebe botanier das ist halt immer ein mod den ich so feier macht es so fun äh so muss ich nochmal den ganzen spaß hier raus nehmen buchen wolle 1 und wolle 2 so ok ok gut das heißt äh rune so lila und braun genau das hier das hier das dann den kuchen noch rein klatschen und dann brauchen wir nämlich noch schnee und schnee bekommen wir jetzt einfach nehmen wir hier wasser nehmen und hier um die gänseblümchen hinein machen ich glaube schon dass es so geht ich hoffe einfach mal probieren wir es einfach mal circa eine minute soll es eigentlich klappen bin gespannt die sache ist halt obwohl es tut sich ne es waren einfach nur blubber blasen ja dann mal gucken ob das irgendwie funktioniert wie ich es mir vorstelle da steht halt so drin oder warte wo war das mit dem schnee hier ok naja mal ne pure daisy das ist ja ne pure daisy da ist ja ne pure daisy das ganze blümchen ja Frage ist halt, Watersteel wird in Schnee verwandelt, okay, ja mal gucken, ob das wirklich so dann funktioniert, ist halt cool. Es kann auch sein, dass man sie auf gleiche Ebene setzen muss, ich kann es eigentlich mal so probieren, das so machen, den Eimer nehmen, Tatsache, es funktioniert wirklich so. Okay, dann wissen wir, wie es geht, dann lassen wir mal die Pure Daisy. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020